Promi Big Brother Comeback Nadja Abedi Elferiks Bedingung Sie kennt das Format bestens. Nadja Abedi Elferak, 58, nahm 2011 an der 11. Staffel von Promi Big Brother teil. Ein Comeback würde die Ex von Dieter Bohlen, 69, deswegen auch nicht ausschließen, allerdings müssten dann einige Bedingungen erfüllt werden. Unter anderem will die Partysängerin nicht alleine in den Container ziehen, diesen Star würde Nadl sofort mitnehmen, natürlich auch zu Konditionen. Gegenüber Bild erzählt sie, dass sie sofort mit Kumpel Andreas Ellermann ihre Sachen für das Promi Big Brother Haus packen würde. Für zwei, drei Tage würden wir beide reingehen. Das würden wir aushalten, länger nicht, machen beide deutlich. Sie könnten sich vorstellen, als eine Art Joker, in den Container einzuziehen. Der Millionär stellt auch eine Bedingung auf, ohne Nadja gehe ich nicht rein. Doch das war noch lange nicht alles, ein eigenes stilles Örtchen müsse für den Unternehmer auch hier. Meine Forderung damals war auch, dass ich eine eigene Toilette brauche. Ich bekam ein Dixi, beruhigt Nadl ihren Kumpel. Falls Andreas, Ex-Patrizia Blanco, 52, mit den beiden einziehen sollte, habe das Duo schon einen Plan geschmiedet. Wenn Madame einzieht, dann wird es heftig. Dann schütze ich dich, mischt sich die Musikerin ein. Ack der Kumpel vom wir, die aber auch wieder voll. Und wenn man das factor packt, passt das auch six, seitdem? Und warum!